Béziers war von der Garda, unter welcher er beständig lebte, angebettet in der Schlacht von Vagran warf er eine Kanonenkugel, ihn von Pfefferter, ohne jedoch ihn zu beschädigen. Der ganze Garda stieß einen Schmerzenschrei aus, darum sagte auch Napoleon, als er ihn wieder vor sich sah. Béziers, die Kuchen, die sie getroffen hatte, fragte meine ganze Garda zu Tränen, denken sie ihr, sie muss ihnen treuer sein. Er war nicht so glücklich in dem sachsischen Fallzug, am Tage von der Schlacht von Nützen rückte er bei einer ganz unbedeutenden Gelegenheit mitten unter der Tyraeliös. Vagran nun wurde von einer Kanonenkugel in die Brust getroffen. Er hatte gelebt wie Bayern, er starb wie Tören. Er hatte mit ihm kürzeseitig vor diesem unglücklichen Vorfall gesprochen. Wir waren doch als Zufall in einer Prüfungslöcke im Schauspiel zusammengekommen. Er sprach von den offenen Angelegenheiten, die ihm sehr am Herzen lagen, denn er liebte seine Vaterlandwiese zur Anbietung und sein letztes Worte beim Abschied war, er reise noch in dieser Nacht ab und wünsche. Wir mögten uns wieder ein, denn sechster Erhinsung bei den jetzigen kritischen Umständen und mit unseren so jungen Kriegern ist es die Befehlung der Anführer, dass wir uns selber nie geschonen. Ach, er sollte nie wiederkehren. Bis hier liebte den Kaiser aufrichtig. Ja, er bedenkte ihn an gewisse Hälte. Er so wenig als der Rockensieger wieder von der Person des Kaisers noch von seinem Schicksal getrennt. Es scheint, dass er so ganz entschieden gegen Napoleon in seinen letzten Zeiten gestimmte Schicksal habe im gefließenden, füßesten Genussversagen und zwei seiner getreusten Diener ihres schönsten Ausbruchs auf herum und berauben, berauben wollen, gegen ihn im Unglück denkbar sein zu können. Der Kaiser hatte die überresten beiden Männer, die er liebte. Und von welchen er sich so sehr geliebt wusste, nachdem er es in die Invalidenden Kirchen bringen lassen. Er hatte ihnen nur kandere außerordentliche Ehrenfeierlichkeiten bestehend. Wegen der nackherigen Begebenheiten konnten dieselben Niederstatter haben, aber die Geschichten, deren Schriftzüge weniger vergänglich sind. Als Marmer und Bronze hatte sie auf ewig verheiligt und befestigt wurde Vergessenheit der Menschen.